In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du das Display deines Motorola Moto G60S selbst austauschen kannst. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würden wir uns riesig freuen, wenn du das an dieser Stelle nachholst. Das Ganze ist kostenlos und du unterstützt damit nicht nur unsere Arbeit, sondern verpasst auch keines unserer Videos mehr. Jetzt geht's aber wirklich los mit dem Video. Viel Spaß! Das Gerät ist mittelschwer zu reparieren. Die größte Hürde bei der Reparatur ist das Lösen des stark verklebten Akkus. Beim Lösen des mit dem Backcover verklebten Fingerabdrucksensors solltest du vorsichtig vorgehen, um nichts zu beschädigen. Für den Displaytausch benötigst du ca. 60 bis 90 Minuten. Für diese Reparatur benötigst du die folgenden Werkzeuge. Außerdem können folgende Tools hilfreich sein. Ein originales Ersatzdisplay für deinen Motorola Moto G60S findest du bei uns im Store. Auf idoc.eu Wir empfehlen dir, deinen Ersatzteil auf optische Menge zu überprüfen, bevor du mit der Reparatur anfängst. So ersparst du dir eventuell Ärger bei der Reparatur. Vor der Reparatur empfehlen wir dir, alle Funktionen des Geräts zu überprüfen. Du kannst dafür gerne unsere Checkliste benutzen. Wir verlinken sie dir in der Videobeschreibung. Schalte dein Gerät aus, bevor du loslegst. Halte dafür den Standby-Schalter des Geräts gedrückt und bestätige das Symbol Ausschalten. Entferne den SIM- oder SD-Kartenhalter mit dem mitgelieferten Werkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer und lege ihn anschließend beiseite. Das Motorola wird über das verklebte und eingehakte Backcover geöffnet. Erwärme den Rand des Backcovers und den Fingerabdrucksensor mit einem Heißluftfön oder einem normalen Haartrockner. Der Sensor ist in dem Motorola-Logo integriert und von innen mit dem Backcover verklebt. Führe anschließend ein Plektrum zwischen Display und Backcover-Schale ein und führe es einmal um das komplette Gerät. Dabei sollte sich das Backcover vom Display lösen. Drücke anschließend den Fingerabdrucksensor aus dem Backcover heraus. Sollte er sich nicht lösen, solltest du ihn noch einmal vorsichtig erwärmen. Entferne nun die 7 Phillips-Schrauben mit dem passenden Schraubendreher und lege sie beiseite. Um die Schrauben nicht zu verlieren, empfehlen wir es dir, eine Magnetmatte zu verwenden. Anschließend kannst du die Abdeckung mit einem Spudger vorsichtig abhebeln und dann herausnehmen. Löse als erstes den Akkukonnektor. Danach kannst du den Fingerabdrucksensor trennen und ebenfalls beiseite legen. Löse die schwarze Folie vom Akku und klappe sie beiseite. Sollte sie sich nicht lösen, kannst du sie kurz mit Heißluft erwärmen. Nutze anschließend das Heißluftgerät, um den Akku seitlich zu erwärmen. Achte darauf, dass der Akku nicht zu heiß wird. Danach kannst du den Akku von der Seite mit dem Akku-Spudger heraushebeln. Achte hierbei darauf, die unter dem Akku verlaufenden Kabel nicht zu beschädigen. Entferne die sieben markierten Philips-Schrauben und lege sie beiseite. Heble dann den Lautsprecher mit einem geeigneten Werkzeug wie dem Spudger heraus und lege auch ihn beiseite. Löse die beiden Konnektoren des Verbindungskabels mit einem nichtmetallischen Gegenstand wie dem Spudger. Erwärme das Kabel anschließend leicht mit dem Heißluftgerät und nimm es heraus. Löse die Verstecker des Antennenkabels vorsichtig mit der ISD-Pinzette und ziehe die Kabel anschließend aus der Führung heraus. Nun kannst du die USB-Platine mit dem Spudger heraushebeln. Der Vibrationsmotor ist leicht verklebt. Nutze etwas Heißluft, um den Kleber zu lösen. Anschließend kannst du den Vibrationsmotor mit einer Pinzette an der dafür vorgesehenen Einkerbung heraushebeln. Löse die Hitzeschutzfolie von der Frontkamera mit einer Pinzette. Als nächstes kannst du den Connector lösen und dann die Frontkamera herausnehmen. Löse das Displaykabel mit dem Spudger. Das Mainboard wird von einer einzigen Schraube fixiert. Entferne sie mit dem Schraubendreher und löse es dann vorsichtig mit einem Spudger. Anschließend kannst du auch das Mainboard abnehmen und beiseite legen. Erwärme die Hörmuschel mit dem Heißluftgerät und nutze die Pinzette, um sie zu entfernen. Achte darauf, dass der Kleberahmen sich nicht von der Hörmuschel löst. Ansonsten musst du den Kleberahmen einzeln ablösen und auf das neue Display übertragen. Erwärme das Lautstärke- und Standby-Kabel leicht und löse es dann mit der Pinzette ab. Ein originales Ersatzdisplay für dein Motorola Moto G60S und die benötigten Werkzeuge für diese Reparatur findest du bei uns im Store auf idoc.eu. Solltest du es nicht bereits vorab getan haben, überprüfe jetzt das neue Display auf eventuelle Beschädigungen. Entferne dann die Schutzfolie auf der Innenseite. Die Abdeckung der Klebefläche für den Akku solltest du am besten erst unmittelbar vor dem Einsetzen des Akkus entfernen. Befestige das Lautstärke- und Standby-Kabel wieder an der dafür vorgesehenen Stelle am neuen Display. Drücke es vorsichtig mit der Hand fest. Setze die Hörmuschel wieder ein. Eventuell musst du dafür noch den Kleberahmen vom alten Display übernehmen. Achte darauf, die Hörmuschel richtig herum einzusetzen. Setze das Mainboard in das neue Display ein und achte auf die korrekte Positionierung. Befestige es anschließend mit der entsprechenden Philips-Schraube. Setze jetzt die Frontkamera wieder ein und verbinde sie mit dem Connector. Anschließend kannst du den Hitzeschutz in die richtige Position bringen. Verbinde als nächstes den Display-Connector. Nun wird der Vibrationsmotor wieder eingesetzt. Achte auf die korrekte Positionierung und drücke ihn anschließend vorsichtig fest. Setze die USB-Platine wieder in das Display ein. Führe zuerst das schwarze Kabel wieder in die entsprechende Führung ein und verbinde die beiden zugehörigen Konnektoren. Wiederhole das Ganze anschließend mit dem weißen Antennenkabel. Schließe das Verbindungskabel wieder an die beiden Konnektoren. Der Pfeil mit dem MB sollte auf das Mainboard weisen. Drücke anschließend das Flachbandkabel fest auf das Display. Das Kabel sollte komplett flach liegen. Setze den Lautsprecher ein und drücke ihn fest, bis er hörbar einrastet. Befestige anschließend die sieben Philips-Schrauben. Setze anschließend den Akku wieder ein. Entferne gegebenenfalls vorher die Schutzfolie von der Klebefläche. Achte darauf, dass der Akku mittig sitzt und drücke ihn anschließend gleichmäßig fest. Schließe zunächst den Fingerabdrucksensor wieder an. Achte darauf, dass der Konnektor einrastet. Verbinde anschließend den Akku-Konnektor. Setze die Platinenabdeckung auf das Mainboard. Achte auf die korrekte Position des Fingerabdrucksensors. Der sollte auf der Abdeckung liegen. Sitzt die Abdeckung richtig, befestige sie mit den entsprechenden Schrauben. Wir empfehlen dir vor dem endgültigen Verschließen des Geräts, alle Funktionen zu überprüfen. Du kannst hierfür unsere Checkliste verwenden. Wir verlinken sie dir in der Infobox. Sollte etwas nicht richtig funktionieren, überprüfe noch einmal, ob alle Komponenten richtig angeschlossen und verschraubt sind. Funktioniert alles wie gewünscht, kannst du das Backcover wieder aufsetzen. Achte darauf, dass der Fingerabdrucksensor genau mittig in der dafür vorgesehenen Aussparung des Backcovers positioniert ist. Drücke anschließend das Backcover rundherum fest, bis es spür- und hörbar einrastet. Drücke das Backcover auch noch einmal um den Fingerabdrucksensor herum fest. Zum Abschluss musst du nur noch den SIM- und SD-Kartenhalter wieder einsetzen. Du hast es geschafft! Dein Moto G60 erstrahlt jetzt wieder in neuem Glanz. Hey, wenn dir diese Anleitung weitergeholfen hat, lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal! Hochwertige Werkzeuge, Ersatzteile und Zubehör findest du in unserem Store. iDoc – alles für dein Smartphone. Weitere hilfreiche Videos findest du hier.